Ja, der war jetzt einfach zufriedenzustellen, weil er... Okay. So kühlt er, indem er vor ihm schwebt und... Also, er ist gut mit seiner, äh, Zyuknese. Irgendwas hat er da an seinen Armen. Gut, ähm, wir können auch mal die Teamvertrauens-Episode machen. Die ist bestimmt ulkig. Everyone, will you listen to me for a minute? Huh? What's wrong, Gemma? Why are you shouting? Sorry, but while everyone is here at the hideout, I have something to say. It must be important if it makes you look that serious. Come on, everyone, listen to him. Gemma always looks like that, though. Hmm. Don't worry about how I look. I'd like to reprimand Arashi for her violation. Oh, I have something to say, too. Don't leave your stuff in my personal space. By personal space, do you mean what we agreed about when we merged Yuito and Kasane platoons? The agreement was to have everyone keep their belongings in their own space, right? Arashi, your stuff is all over the place. Your personal space seems to be growing. Yeah, it's three centimeters bigger than it was yesterday. Is that really a big deal, Shiden? What's that supposed to mean? It's not like we drew lines on the floor or something. There was never any rule about not expanding your space. That's unfair, Arashi. This hideout is for everyone, so we have to use it fairly. Then let's make a new rule. Hmm. How about we have a contest? And if you win, I'll give the space back. If I win, I get half of the loser space. Even though you took your extra space unfairly? That doesn't sound right. What kind of contest? You mean with our powers? No, how about a game instead? I just stumbled across a good one. Wait, what? That's Final Jockey. That game was really popular in the OSF a long time ago. Hey, I made a name for myself as a genius jockey in Suo. You're sure about what you just said? Of course I am. All right. I'll be taking Arashi's face then. Don't come crying to me when you fall off your horse. No, it can't be me, the undefeated jockey genius Kagero, lost. But Arashi, you cheated. You used hypervelocity to push the button faster. Hey, that's just strategy. No one said you couldn't use your powers. But just pushing the button fast drains stamina and you'll lose. Ha, I got it. You glitched the game by pressing the buttons fast. Ugh, you play dirty. Ha, 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 ha. Say what you will, Scrubs. If you don't like it, you can come face the true king of this unit. Me, with all the powers you have. Then, how about facing me? I want more room for another planter. And I feel bad for Kagero. Oh, me too. I want more space for my Baki collection. I'll pass. I don't understand all that pew pew stuff. Pew pew pew. I'll sit out too. This is all so ridiculous. I'll just move Arashi stuff with my psychokinesis. I'll settle for watching as well. I enjoy physical exercise much more than virtual contests. Okay, all right. The Frazier twins are in it to win it. Now I'm involved in this? Let's just have a fair game. How many people can play at once? I'll join if there's room for me. This looks like fun. I want to play with everyone too. I want to play too. Just hold on a second. Let me get my lucky bandana. Then I'll pray. Okay. Now my lucky power is fully charged. I'll take you all on at once then. Let the games begin. Oh, schön, ne? So richtig, so möchte ich in Beamer mäßig. The great unit space cop has begun. Kagero and Luca here bringing you coverage live. Wait, me? And the horses are out of the gates. Arashi is so fast. That hypervelocity is pushing it as fast as any pro. First things first. We have to stop Arashi. Wait, it looks like Yuito locked Arashi's buttons with his psychokinesis. You've got a lot of guts going against me like that. What? That great item I just got was completely wasted. Arashi's playing dirty as expected. She used hypervelocity to push buttons on Yuito's controller. Meanwhile, my angel Tsugumi's horse seems to have stopped. I didn't realize my horse's stamina was running out. Oh, I made the same mistake. I was furiously trying to push the button as fast as I could. I guess the glitch doesn't occur when you rapidly push buttons without hypervelocity. Also, Tsugumi and Hanabi's powers aren't suited for video games, putting them at a disadvantage. Huh. They can just use their natural ability then. Oh, Shiden is creeping up on Arashi while she tries slowing down Yuito. Take a banana peel! Huh? Shiden's character suddenly stopped moving. What? What's happening? Move! Move! It's kaput kaputu. Shiden must have accidentally led an electrical surge through to the controller. It's broken. I see. Makes sense considering how careless he is. What did you say, Kagero? Oh, the Frasier twins are throwing items at each other. They both look very angry. What are those two doing? Maybe they're having a telepathic argument. I see. There's no telling what they're saying, but it seems very serious. That's right. Haruka is totally evil. Oh, shut up. You're the one that said I sucked just because I messed up the controls a little. I didn't even want to play this stupid game, but you had to get me involved with your telepathy. Ah, back to the race. It seems like Arashi and Major Kyoka are still in it. They are very far apart, though. At this rate. What's this? Did a secret invulnerability carrot just appear? Kyoka used it. My horse is glowing after getting that carrot thing. Major, dash! Bump into Arashi! Huh? What? What's going on? Wow. Yoka's horse flung Arashi's horse away. Then I'll be taking this unit space. I'll be splitting it up amongst everyone evenly. That's an end to this violation thing. No more arguing, got it? Hey, let's do it again, but with no powers. This game is really fun. Come on, Luka, you too. Me? Well, I guess I could give it a try. Aber wir brauchen nur den Controller. Everyone's having a blast. That game may be old, but it sure has value. Yeah. Recreation is important after all. You're really good at games, Arashi. I doubt I could beat you even if you didn't use your power. Yeah, but she lost to a novice gamer like Kyoka. Wait, Sokasane. You saw right through it? Huh? What do you mean? Arashi, Kyoka, and Gemma were in cahoots. Sorry. We now have different groups joining together to fight, which can be awkward. Kyoka also said it'd be a good opportunity to get used to each other. Gemma and I have caused problems before, so we wanted to help everyone get along to make up for it. That's why Arashi risked being the target for revenge. We figured the group would cooperate against a common enemy. It wasn't that big of a deal. It wasn't that big of a deal. If everyone works well together, then I can slack off even more. So, you laid your stuff out all over on purpose? No, she's been messy since before we hooked up with your platoon. Kagero seemed to have noticed our ploy, too. Yeah, he joined the game right away. He's in a neutral position and is pretty clever. I guess mission accomplished, then. Everyone had a blast. I did, too. Right? Even I was having fun after noticing it was all set up. Yes, it was fun just watching. It was almost like a family reunion or something. How about another round? With Kasane and Gemma playing this time? I'm actually feeling up to it today. I guess I'll give in just this once. How about it, Kasane? Okay, but I'll be taking the win. Immer dieses Ehrgeizigen. Ja, gleich. Machen wir doch erstmal jetzt hier, ne? Erstmal hier Gespräch mit Yui-To noch. Jetzt. Immer hier die Vertrauens-Episode. Das war nett, die Vertrauens-Episode. Nö, aber ich tue es trotzdem. Okay. There's something I want to talk to you about. I thought we could change locations, like we did when we went to Mizuhigawa. That's fine. But don't worry about packing a lunch for us this time. I think it'll take too long. Let's just get going. Oh. Okay then. Let's head over to Kikuchiba. He looks like he wanted to make lunch for us. Okay. Let's go to the roof of that building. Ja, ich geh schon. Ja, Moment. Erstmal hier alles aktivieren. So kann ich ja nicht kämpfen. Kannst ja nicht machen. We did it. Feiner ist er noch. Good. Looks like he dropped something. So. Ab aufs Gebäude. Den Weg kennen wir inzwischen ja auch schon so aus dem Schlaf. Oh. That we'd get caught up in something that involved the whole world. Not just us. But everyone around us, too. It's nothing we could have expected. You're right. Hello. Sorry to interrupt. Two large groups of others were confirmed near you. There are a lot of them. More than you usually see around there. It shouldn't be a problem for you guys, but be careful just in case. Affirmative. What do you want to do? Let's split up. That'll be quicker. Okay. Then I'll take this side. I'll contact you again once I take down a few. All right. Let's both be careful. Okay. There's more of them than I thought. How are things with you, Yuito? Kasane? What's going on? Yuito? I can't hear you, Yuito. Haruka. Do you know what's going on? Neither of them are responding. Our signal is being jammed. SAS is down too. I need to get through this somehow. Looks like I'm surrounded. I'll take care of them. Yeah, then. Mach auf. And now I'm going to get through this. There's no need to go. There's no need to go. There's no need to go. If this keeps up, it won't be a problem for me. But I wonder if Yuito is alright. Let's keep going. No. Worrying won't help. He'll be fine. I can trust that now. That's right. I'm just strange believing in someone else. I should be able to get through this before. I can feel it even if he's far away. Yuito is fighting somewhere. And he believes in me. So it's alright. I think Kasane had just a lot to think. So he's not going back. I don't want to fight my own fight. Let's go. I'm not done yet. I'm not done yet. Aufs Dach. Mehr oder weniger. Klappe Schasse, 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 klappe Schasse. Hey auf Zug, geil. Bitte warten. Bin da, bin auch. So. Und dann hier. Die Treppe direkt hoch. Und dann sind wir glaube ich schon da, wo wir hin müssen. Heute ist die Datenpunkte mit dem Konto. Ja, theoretisch. Hey, da sind ja Gegner. Hey, wo kommt ihr denn her? Sehr schön. Automat. Voll auf das Viech. Ja, nochmal. Ja, damit ist er wieder weg. Ups. Falsche Tasse. Da war mein Wurstfinger wieder weg. Passiert hier nun wieder. Das ist ziemlich gut, wie ich geschlagen werde. Ja, ich weiß. Die wird eben Glöckchen anschwänzen. So. Und jetzt? Großer Gegner. Hey. Ein anderer ist erschienen. Na, Mist. Alter. Kann so nicht arbeiten. So, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen ordentlich drehen hier. Ohne dabei selbst grauen zu werden. Das wäre schön. Ja, das ist noch ein Mülleimer. Was hält denn sein Metallkopf da aus? Das ist eine Knospe. Das ist ja schon ein bisschen nervig. Jetzt ist mal der Knospe weg. Ist ja schön. Okay. Nö. Okay. Das ist ja schon. Das alles scheint zu sein zu sein. Das war noch nicht so? Ich muss ihn anschauen, um ihn mit ihm zu synchen, wenn es Zeit ist. Jetzt! Oh, das war eine sehr nahe. Es war? Ich war wirklich nicht so Angst. Ich wusste, dass du als du das warst. Ich war nervös. Ich glaube, dass wir zusammenarbeiten, sogar ohne SAS. Ich glaube, dass ich es mit jemandem ausprobieren könnte. Danke, dass du die Zeit richtig hast. Es ist schön, dass du ein Kompliment von dir hörst. Du bist immer so hart. Ich bin 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 so hart. Das ist eine schwierige Frage. Wie geht es dir? Ich habe eine vage Idee. Es wird zu groß, also du wahrscheinlich riecht. Ich werde nicht so hart. Ich werde nicht so hart. Es wird es nicht so hart. Ich möchte das Welt ändern. Das Welt ändern? Ja. Wir haben beide gesehen, viele schlechte Dinge in diesem Land. Das Welt, in der wir leben in, ist auf so viel Schmerzen und Schmerzen. Das stimmt. Ich bin so hart. 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 Wie ist dein Kopf? Sie sagten, dass du deine Kraft verlierst. Es ist kein großer Veränderung. Aber wenn es wirklich geht, dann bin ich bereit, wieder zu werden. Du bist ziemlich ruhig. Du sprachst. Du sprachst. Ich dachte, dass du ein bisschen entspricht. Ich meine, es wird nicht so hart. Ich bin so hart. Aber du sprachst. Ich bin so hart. Ich bin so hart. das gleiche, als die Netzwerke zerfummiert. Ich war so hart, mit dem ich mit dir, sogar ohne SAS. Du sprachst. Ich dachte, das gleiche? ob das ist, wenn es so schwer zu verlieren. Wir sind nicht nur mit SAS. Wir sind nur mit SAS. Selbst wenn wir nicht sehen und hören, oder hören, die wichtigste Sache, unsere Verbindung, nicht weitergehen. Also, ich bin gut. Das ist gut. Als wir erst haben, ich ehrlich gesagt, dass ich nicht auf dich in einer Kampf. Ich habe ein Gefühl, dass du das gedacht hast. Aber du bist jetzt anders. Ich glaube, dass du wirklich kannst du das Welt ändern. Danke. Es geht nicht. Ich bin auch glücklich. Ich fühle mich, dass ich das Welt zu dir auch. Was planst du zu tun? Also, ich habe noch nicht entschieden, aber ich habe gedacht, etwas außerhalb dieser Welt. Wie, außerhalb der Nuhimuka? Die Welt? Das ist eine Welt. Die 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 Welt. Ich will Hastale malし. Natürlich. ich werde nicht, Naomi nicht zu unteren. Aber ich fühle mich, ich könnte shakes es für dich werden. wie Bakke für mich. Du bistancy erworben. Herr Batie, Noch Yup. Ich bin gedreffend. die Sache ist ja. Mit Zug Galilei GCous haben wir jetzt ja quasi ... von U2-Inspiers八. ja. ähm, Tsugumi, haben wir alles verschenkt, was wir haben konnten. Wir haben alle Vertrauen besungen, ja? Und wir kriegen quasi ihr Level nicht erreicht. Wir haben alle unsere eigenen Aufgaben. Ich hoffe, ich sehe dich wieder, wenn wir fertig sind. Ich rede gern mit dir. Ja, es wäre schön, auf diese Weise Zeit zu verbringen. Ich würde mich auch gern lange mit dir unterhalten. Ich würde Sachen erzählen und wir hören, was du zu sagen hast. Dann bin ich froh. Tja, jetzt bin ich motiviert. Machen wir das, damit wir fertig werden, damit wir uns wieder treffen können. Lass dir auf dem Mond nicht zu viel Zeit, Kasani. Okay. So, ich probiere mal, von der Tauschbörse Zeug zu holen für Tsugumi, Hirsche, Genke. In der Hoffnung. Und dass sich dann das irgendwie hier verbessert oder so. Ich weiß auch nicht. Hier, ganz viele tolle Blumengemälde. Meditativ. Die haben schön viele volle Herzen und so. So. Mal gucken. Tsugumi, wo bist du? Da. Shee Genke. Die hast du noch nie gesehen. Ja. Okay. Guck mal, die hat sie doch vorher noch nicht gehabt. Hä? Oder doch. Oder nicht. Oder doch. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Die hat sie auf jeden Fall da im Ding schon stehen. Ich bin so glücklich. Hm. Ja, okay. Das funktioniert tatsächlich. Ich möchte dir bedanken, dass du mein Freund zu sein. Und du bist so viel anders als ich bin. Ja. Also kann man tatsächlich dieselben Geschenke mehrfach schenken. damit die, ähm, Stufe tatsächlich steigt. Okay. Das war etwas, das ich halt so vorher noch nicht wirklich wusste. Ja, weil, woher denn auch? Wann nutzt man sowas mal? I'm really glad to be friends with you. I would be happy, if we could always be friends. Of course we'll always be together. I'm happy too. Okay. So. Das heißt, wir haben doch noch eine Möglichkeit hier alle irgendwie voll zu kriegen. Hier ist auch der Tisch inzwischen schon voll mit Zeug. Okay, so. Ja, dann würde ich sagen, wir machen dann die restlichen Vertrauens-Episoden. Dann in der nächsten Folge von Scarlet Nexus. Bis dahin. Wird schon noch viel Spaß. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und man hört und unterstützt sich dann in der nächsten Folge. Bis dann.